Yo, herzlich willkommen zurück zu Katzen, mal anders auf YouTube. Oh, ich muss jetzt erstmal wieder gucken hier. CD4 wollte gerade eingelegt haben. Wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Haben wir eine Story oder kommt jetzt eine Mission? Hier ist nichts los. Also geht es ja eine Mission, würde ich sagen. Mal gucken. Jawohl. Machen wir doch glatt. Oh, naja, das war schon so. Das wird schon hinhauen. Das wird schon hinhauen. Full Guns. Stimmt das alles noch hier? Ja. Bisschen laut hier. So. Mal Party machen. Ja, wie, muss ich schon wieder alleine fliegen? Och, Leute, nee, ey. Ich mag diese Planetenmessung und in Atmosphäre eintreten so gar nicht, ne? Ist einfach irgendwie nicht so mein Ding hier. Komma, Ranian. Aufsieh. Ihr spinnt ja wohl ein bisschen, ja? Na, komm mal her. Ich hab mich um einen Sieg betrogen. Ist ja nicht wahr. Ihr wart zu mir, aber ich bin alleine. Wie immer hier. Ah, jetzt wird's lecker hier. Alter. Ich hab's auch gut hier. Ah. Ah, ah, ah. Alter, schwere, ey. Lombus. Dann komm, nehme ich mir erst den anderen vor hier. Ihr erbärmliche Nacht! Jaaa! Nö! Machen wir nicht. So. Mal gucken, wie es weitergeht hier, wa? Du heilige Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Ach, schlatsch. Ah! Ihr spinnt doch wohl ein bisschen. Verdammt noch eins, ey. Ich hab ja noch Paketen, ne? Kann man ja mal ein bisschen was rausschicken, oder? Junge, 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 komm mal ran hier auf den Meter. Feierabend hier. Mal gucken, was ich hier... Die muss ich zerstören, oder? Ich verschwinde hier jetzt einfach mal. In der Hoffnung, dass das reicht. Oh, das mit mir aber auch kein Ende hier, ne? Ich hab ja noch einen Tierarzt aufzusuchen, Mädze. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Aha. Ich bin nicht einmal gespannt. Ich verwerb das Ding entdeckt. Was ich hier zerstören soll. Geerbase. Ah, besser. Hoffentlich reicht ne Rakete, sonst muss ich mich ein bisschen in Gefahr begeben, die nacht. Ah, reicht natürlich nicht, ne? Ah, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Hahaha. Und tschüss. Oh, ist das denn? Neue Szene? Was hab ich denn Autopiloten aber noch nicht gesehen? Immer mal wieder was Neues hier. Ah. Wartet mal ein Augenblick, ich muss mir erst mal was einstellen. Hahaha. Wartet mal rein auf den Meter hier. Ja, 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 komm her. Ruhe im Karton. Ihr habt verloren. Seht es ein. Mit der Excalibur hast du das ja alles eh, mit links, ne? ausstehen wenn man es mir leicht macht kommt man auch an hoffen mädter hier oh ich war schön fertig hast rein weggeklatscht würde ich sagen das war ein echter Test für die Excaliburs Sie haben es Ihnen gezeigt, Sir Sie können jetzt landen, Colonel wie er immer abgeht kein Beifeige klatsche naja worum gehts weggebonnt haben wir hier hier oben ist niemand ok na dann schauen wir mal was hat er zu sagen Colonel nehmen Sie Platz für jemand der eine ganze Weile graue Wände eingestarrt hat wirken Sie ziemlich mund lassen wir Vergangenes ruhen ich muss nicht mehr länger allein spielen das verdanke ich nur Ihnen wir verlieren alle mal die Beherrschung wäre ich noch mal in der Situation würde ich diesen Mistkerl wieder umnäten haha 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 sehr geil tja und das war's dann auch schon storytechnisch, ja? na gut weiter im Kontext, wa? ja Colonel gehen wir Ihren Einsatz durch ja, Sir jetzt da wir den Jump Point eingenommen haben müssen wir jedes Kilowathi Raumschiff das hier durchfliegen will ausschalten nur so können wir verhindern dass das feindliche Oberkommando von unserer Übernahme erfährt tun Sie Ihr Bestes, Colonel wegtreten Tja das sind also unsere Einsatzziele na komm mal fliegen wir doch mal mit Vagabond Vagabond naja, was ist das so für eine Frage wenn ich Excalibur fliegen kann, dann fliege ich die auch, oder nicht? wobei auf Thunderbolt hätte ich ja auch mal wieder ein bisschen Spaß, ne? naja wir müssen sie nutzen, solange wie wir sie haben wir haben Gesellschaft lösen und angreifen und ab die Post ja, jetzt wollen wir mal gucken hier, wie das aussieht mit dem Krieg, wa? Freunde wir werden bärmlichen Nachkommen von Affen ha 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 bumm wir werden schnell über mein Volk gebracht wie sagt der noch so schön? wuuuuh noch mehr Katzenstreu heute bin ich gut drauf ha 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 handios 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 reiß ich mein viel an jawohl und das Ding kümmer ich mich das Ding kümmer ich mich ha 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 eyieieiei haben sie mich aber ein bisschen erwischt, ja, wa? verarbeiten wir dich zu katzen streuen sofort an meiner flanke formieren jawohl sagt gute nacht mietze katze so alles daneben gehauen voll gut ich kann es nicht ausstehen wenn man es mir leicht macht was man und angreifen und ab die post hört ja gar nicht mehr auf hier also na los das gibt ein abschuss mit salz sofort an meiner flanke formieren jawohl lösen und angreifen vor der abdikos jetzt wird es schon interessanter ja weil die sind ein bisschen schwieriger ja da wird es schon echt interessanter ja die halten nämlich dort nicht mehr aus aber wir machen nicht zu klein holz ha ich um einen sieg betrogen ab ne ladung wie siehts aus? hab mich deine schramme abgekriegt ja astrein bombe oh jetzt hab ich die NSA am hals hehehe ich habe schande über mein volk ja ja ein bisschen schande ja astrein geschossen, sir einsatzziele erreicht denn ab dafür das war es schon ja bitte lande erlaubnis tcs victory die verstärkung ist bereits unterwegs Colonel wir können ihn den jumppoint überlassen und von hier verschwinden sie können jetzt landen keine video sequenz das stimmt auch nicht ich ahne irgendwas komisches schauen wir mal was sich uns eventuell offenbart erstmal abspeichern hier aber weiteres im nächsten park